Wir von Coca-Cola sind uns bewusst, dass wir nicht nur ein Getränk produzieren, sondern auch eine ganze Menge Apfel. Mit verschiedenen Initiativen versuchten wir diesen Berg zu verkleinern. Eine zweite altbewährte Idee wurde nochmals neu aufgegriffen und durch neuartiges Material verbessert. Auch da war der Misserfall sogar zu hören. Darum entwickelten wir Coca-Cola Refill, damit jeder seiner Flasche eine zweite Chance geben kann. Bei Tag oder bei Nacht, zu Hause oder unterwegs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hoch e Hallelujah 6 6 8 8 Vielen Dank.